ja die jahre leute mann herzlich kommen in seiner weiteren folge pvz heute leider nicht mit markus bei dem moment lauter problem mit seinem netz hat warum spiel ich heute mal eine kleine runde alleine und zwar möchte ich testen ob der ersten agent wirklich so ein agent ist oder auch nicht ja hier im g-reuz das in der sitze sind so ein paar kleine müssen schön schön aber ich würde sagen wir bleiben heute einfach mal bei dem absen schalter einfach weil ich den schon länger nicht mehr gespielt der macht aber von mir gesagt er ist der beste von allen weil ich mich beschwert habe dass er so stark ist und dann würde ich sagen testen wir das doch gleich mal wieder aus hier ob er wirklich so stark ist wie alles sagen bzw ob ich ihn auch so stark spielen kann wie alle sagen oder ob ich jetzt an glücklich versagen werde ja ok er ist ziemlich stark ich würde sagen wir spezialisieren uns hier mal drauf den tp mitzuhalten ich bin mir nicht kennt aus der luft geholt hier warum auch immer der ziel ist man da wieder rockets schießt wo sind sie denn da da haben wir den ersten der hat sich dann wieder erledigt so ich bin hier oben auch schön weg gemacht möglicherweise habe ich halt bei halb hp immer nur also wenn ich mich so regeneriert habe ich immer nur halbes leben und dadurch dass ich standardmäßig schon nur 100 habe bleibe ich dann hier halt auf 50 unten was doch schon ziemlich wenig ist kann schon da muss man da hochkommen endlich weil ich gehe mit denen hin und rückendeckung von oben so ein bisschen ich bin ja auch geeignet als sniper wenn ich treffen würde da 22 wir machen auf die distanz den selben schaden wie im nahkampf und er hat uns oh von hinten kam auch noch einer ja ich glaube der hier wollte seine position wieder haben aber ich glaube so ein bisschen auf distanz sollten wir schon bleiben weil wir da einfach viel stärker sind wie im nahkampf habt ihr ja oben gesehen gegen die einen da oben hatte ich schon schwierigkeiten bekommen aber auf distanz kann man halt wirklich auf die headshots gehen wieder einen miesen schaden machen ja zack wieder einen weg geholt auch wenn keine headshots dabei waren der standard schaden ist auch ziemlich stark die den er glaub ich haben sie jetzt hat von hinten was auch immer mit dieser rakete bezweckt werden sollte es ging nach hinten los da kommt er da oben kann man ja schön sich eine neue deckung suchen jetzt trau dass ich wieder nicht mehr raus ok gut zu wissen wenn wir da oben so einen feigling haben dann holen wir uns den hallo ich habe hier lauter hitmarker warum mache ich keinen schaden ja der hier scheint ein bisschen rumzuleggen so wunderbar da waren die headshots die machen dann nämlich den richtigen schaden mit So hier nach oben geht es oh 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 Wo kommt der jetzt her そうですね auseinandergenommen ich hoffe mal da hinten kann jetzt nicht mehr all zu viele Ich habe jetzt eigentlich vor, zu sehen, hier in Spawn-Room so ein bisschen mal zu snacken. Und da kam von der Seite der liebe Herr, den wir gerade weggeräumt haben scheinbar. Ja, ich merke schon, die Leute, sie mögen mich nicht so unbedingt. Aber Agenten lassen sich nicht so einfach zurückschlagen. Kommen wieder. Oh, das war sogar wirklich ein Treffer dabei. Oh, jetzt haben wir einen Vollbrecher gegeben. Das heißt, das ist nicht ganz so gut. Der macht so viel Schaden. Ja, seht ihr, er schießt Kilometer weiter neben mir auf dem Boden und ich sterbe trotzdem. Das ist halt der Nachteil beim Agenten. Ich habe einfach extrem wenig Leben. Ich mache so richtig viel Schaden, aber ich habe extrem wenig Leben. Also 100 ist halt wirklich gar nichts. Ein Oster, der wiederbelebt wird, hat genauso viel Leben wie ich. Wenn ich halt, glaube ich, neu gespawned bin und das ist halt schon ein bisschen mies. Aber dafür stimmt mein Schaden halt und meine Genauigkeit. Fährt da was jetzt so ein Wort wieder weg. Hier unten rennt. Unser netter Panzerkommandant rum. Ja, die Sonnenblumen, ich glaube, an die halte ich mich jetzt mal. Die sind guter Verbündeter, weil die heilen. So, ich hoffe, der kommt jetzt hier rum. Ja, abgepasst. Den da oben hätte ich gerne. Ich glaube, ich bekomme Besuch von Inten. Ja, das war wieder einer von den Mega-Kanonen-Typen. Zwei Schüsse. Zwei Schüsse. Und sie haben mich erlegt. Aber früher hatte der irgendwie 125 oder 150 Leben, glaube ich. Da war er dann doch schon meiner Meinung nach einfach viel zu stark, weil du hast ihn auch nicht besiegt bekommen. Das war da alles blöde. Du hast ihn einfach nicht besiegt bekommen. Also wenn du ihn selber gespielt hast, war das natürlich der Himmel auf Erden. Aber sobald du der Gegner warst, konntest du halt nichts mehr tun. So Sachen wie hier, er schießt dreimal daneben und ich bin trotzdem tot. So was regt dann auf. Panzerkommandant ist meiner Meinung nach der mieseste Gegner, den man haben kann, wenn man hier den Erbsenagenten spielt. Er kommt gegen fast alles klar. Man kommt auch gegen die Chemikon, so klar, weil man weghüpfen kann und weil man schneller ist. Aber das scheiß Panzerkommandant, die stellen sich irgendwo am Arsch der Welt hin. Ja, Nacktkampf ist natürlich nicht meine Stärke. Ja, aber ich habe ihn trotzdem weggeholt. Und noch gleich die Mission abgeschlossen. Jetzt zwei Fußsoldaten ohne K.O. zu gehen, das ist so eine Mission. Die kann man auch mal ganz locker leicht hier... Ich hoffe, das war für Standardwaffe, vor allem Mistlauber. Ja, ganz locker leicht. Einfach so mit dem Erbsenagenten mal zwischendurch machen mit einer Bohne oder mal wirklich gezielt auf Leute gehen, so wie den hier jetzt sagt. Geil eine Vorlage. Das war auch kein Kill. Hallo, ich habe den Zoll mir den Kopf runtergeschossen. Warum kriege ich dafür keinen Kill? Zumindest habe ich den hier weggeholt. Den Allster da. Wieder ein Assist gemacht. Wieder ein Assist. Nach einem Kill. Soll ich mich jetzt in der Assignung zurückziehen? Und zack, was auch immer. Ah. Z4. Ne. Ich wurde tatsächlich noch von der Football-Kanone getroffen. Okay. Ich dachte, eigentlich hat sich Z4 eingemischt. So, ich würde sagen, wir platzieren uns jetzt mal hier, weil da geht eigentlich nie jemand hin. Oder... Nein, besser, wir gehen hier hin. Weil das ist ja eigentlich so die Ebene, wo die Zombies immer sind. Das heißt, da wird auch kein Zombie damit rechnen, dass hier oben eine Pflanze rumrennt. Da laufen auch schon die ersten Richtungen Teleporter. Okay, ich schenke ihnen schon mal gut Schaden ein, aber die sterben. Doch, ich habe den wichtigsten Mann weggeschossen. Von wo kommen die Z4-Schüsse? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Explosiv-Ficht, Explosiv-Ficht. Treff ihn nicht. So, Garten ist wieder sauber in einer schönen Kettenreaktion. Ich muss doch erstmal wieder leben, weil ich schon wieder so gut wie tot bin. Und irgendwo hinter mir war eine Sonnenblume. Da fände ich es auch sehr nett, von der, wenn die mal wieder rüberkommen würde und mich hier unterstützen würde. Nein, Explosiv-Ficht. Auch zurück. Auch weg. Okay, da ist noch nicht. Da kommt ein All-Star gleich ums Eck. Sehr gut, dass ich dann im Lumen jetzt hier die Topfpflanze heilt anstatt mich. Ich finde es auch echt schön, wenn ich mal geheilt werden würde. Vor allem, wenn ich hier die rechte Seite schon im Alleingang halten muss. Mit diesem einen Schnapper da als Verstärkung. Kann man diese Minen nicht auch irgendwie zerstören? Okay, der ist am Brennen. Oh, hier war jemand drin. Der da hinten ist... Oh! Von wo? Ach, da oben. Genau, das meine ich, dass die nämlich immer genau da hocken. Ja, ich glaube, ich muss da oben mal wieder aufräumen. Ich hatte eben sehr schön die rechte Seite gehalten, aber jetzt brechen die Gegner blöderweise links und rechts rechtseitig durch. Jetzt kann ich mich nicht mehr auf eine Seite konzentrieren. Jetzt muss ich mich so ein bisschen um beide kümmern. Hier ist Sora. Genau dich suche ich. Genau dich, meine Freunde. So, zack. Noch mal 40 Schaden mit auf den Weg gegeben, dass die Vorlage erst wird. So, hier, zack, zack. Oh, Paketen-Bot weg damit. Ja, jetzt kommen scheinbar wieder alle von rechts hier, zumindest sehe ich von links keinen mehr. Scheinbar haben sie es geschafft, den Teleporter auszustellen. Oh, 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 Abstand halten, der ist gefährlich. Ich hoffe, ich kann hier ein bisschen Heilung mir wieder abgreifen an der Pflanze. So, wieder voll. Jetzt brauchst du mich auch nochmal heilen, jetzt bin ich schon voll. So, falls hier nochmal Verstärkung umkommen, viel Spaß. Hallihallo. Mr. Engine Man. Und ich habe ihn sogar noch weggeholt. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist nochmal eine Runde mit dem Erbsen-Agenten, der hier ziemlich aufgeräumt hat. Und ich würde sagen, so, das war es dann an der Stelle auch wieder mit der heutigen Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal. Die Folge ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer jetzt, so wie die normalen Folgen. Aber wir sind erster Platz geworden. Wir holen uns hier ein unglaubliches Glitzerpack und ich muss dazu sagen, ja, die Folge ist ein bisschen kürzer, weil ich, wie gesagt, ohne Markus auch nicht so die Lust habe, so die langen Folgen zu machen, weil es einfach zu zweit schöner ist, weil man sich unterhalten kann und so. Aber, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Servus und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.